Guten Abend meine Damen und Herren, mein Name ist Gabriele Sand. Ich begrüße Sie heute Abend zu diesem, zumindest für das Sprengelmuseum, wirklich ein besonderes Ereignis, ein Dialog zwischen zwei Kontinenten, Australien, Kanada, vertreten eigentlich durch ihre Musik. Also was Sie heute erleben ist eine Begegnung zwischen sehr erscharchen ursprünglichen Formen von Musik, von Ausdruck, was sehr viel mit einer Landschaftserfahrung auch zu tun hat, mit einer Raumerfahrung und traditionellen und westlichen Musikstrukturen, die vertreten sind durch zwei Komponisten, einmal Gordon Williams und Esle Hieber, der ist im Moment nicht gerade hier auf der Bühne. Und es ist ein Dialog im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt beide verschiedenen Ausdrucksformen von Musik haben miteinander gearbeitet und neue Kompositionen hergestellt. Und wie das klingt und was das als neuen Raum eröffnet, das können Sie heute Abend erleben. Ganz besonders möchte ich natürlich die Gäste aus Australien, einmal William Burton begrüßen und natürlich auch aus Kanada, nämlich Luisa, Lisa, Luisa und Willi, die heute auftreten werden. Natürlich auch die Stuttgarter Vokalisten, die das heute Abend begleiten werden und Esle am Klavier. Aber Gordon, Gordon wird Sie jetzt auch noch ein bisschen inhaltlich einführen zu diesem Projekt. Gordon Williams, der Komponisten. Hallo, guten Abend. Also ja, ich bin Gordon Williamson. Ich habe das erste Stück komponiert. Ich komme ursprünglich aus Kanada. Ich hatte mich da auseinandergesetzt mit zwei Inuit Throat Singers, das Kehlkopfgesang. Das ist etwas, wer gestern Abend dabei war, es ist eine sehr seltsame Sache, live zu hören. Und ich hatte, man wird da schon, für mich ist Komponist, also das war eine ziemlich Herausforderung eigentlich, weil man schreibt dann Musik für zwei indogene Musikerinnen, die keine Noten lesen können. Die Art und Weise, um Musik zu machen, ist eigentlich eine Art Nachmachen. Im Laufe des Stücke, das Stücke heißt Encounters, also eigentlich Begegnungen. Im Laufe des Stücke merkt man, es gibt viele verschiedene Begegnungen von kleinen Gruppchen. Also es sind insgesamt sechs von den Neubokasselisern auf der Bühne. Es gibt Akkordinisten. Es gibt zwei Kehlkopfgesanginnen. Und da erfährt man im Laufe des Stücke verschiedene Treffen eigentlich. Und wie kann man, wie können sie aufeinander hören, wie können sie aufeinander eine andere Art von Musik erzeugen. Ja, das ist, so ist das Ablauf des Stücke. Ich glaube, da ist eigentlich die Idee von das ganze Programm, dass man da versucht, zwei, ja, diese zwei verschiedene musikalische Kulturen im Kontext eines zeitgenössischen Musikkonzerts sich zu begegnen. Ja, glaube ich so. Und das wurde auch gehört, dass ich da höre für die Förderung. Ja, also mir bleibt auch noch ein anderer Dank. Man kann natürlich nicht so ein Projekt stemmen, wenn man nicht Förderer hat. Also wenn man so will, auch Leute, die an einen glauben, die auch an ein solches Projekt glauben, also dem gebührt natürlich ein besonderer Dank. Ich möchte mal stellvertretend die Stiftung Niedersachsen nennen. Frau Schöner-Mark ist heute Abend auch da. Das ist natürlich eine besondere, auch luxuriöse Situation, wenn auch wir hier im Sprengelmuseum solche Veranstaltungen machen können. Und das geht natürlich nur, wenn wir Leute haben, die uns finanziell unterstützen. Insofern vielen, vielen Dank, kann man nur sagen. Und ich hoffe, das bleibt auch in der Zukunft so. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Und ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Und ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Und ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Und ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Und ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Und ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Ich hoffe, das ist ja auch in der Zukunft. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.